Das war bei mir in Behandlung. In der Taxis ist sie auch mit dem Gebäude. Frau Lampte, du bist für eine Depression. Genau, deswegen war sie bei mir in Behandlung. Sie hat auch schon ein paar Mal gedroht, sich umzubringen. Und genau deswegen habe ich es auch sehr ernst genommen, als sie mich vorhin angerufen hat. Sie hat sie angerufen? Ja. Herr Moins. Herr Körner, Herr Körner, ich weiß nicht mehr weiter. Ich werde mich beobringen, ich helfe einfach nicht mehr auf. Du musst mehr helfen, bitte. Ich habe sie gesagt, Daisy. Ich habe versucht, sie zu beobringen, aber es hat einfach nicht gehört. Es hat dann einfach aufgeregt, es hat mich nicht herangegangen. Verstehe. Ich bin zu ihr gefahren, zu ihr nach Hause, dann hat der Sturm geklingelt und es hat mich aufgemacht. Ich bin zu ihr, dass sie wahrscheinlich schon auf dem Weg hierher gewesen ist. Ich bin zu ihr, dass ich es vielleicht verhindern kann. Wir wissen ja noch gar nicht, ob sie auf sechs Mal starten. Tatsächlich? Jetzt warten wir es erst mal an. Herr Tim auf jeden Fall für die Auskunft und wir melden uns dann wieder, wenn wir Fragen haben. Ich helfe Ihnen gerne. Das ist ein Fynn. Wie sieht es aus? Kein Abschiedsbrief. Ihre Wohnung, Pico Bello. Und sie hat heute Morgen noch einen Kopf. Also wenn die sich wirklich umgebracht hat, ja, dann muss das dann ziemlich spontan entscheiden. Was ist denn mit dem Typen, den Robert am Tattel gesehen hat? Der Robert ist fertig, erscheint morgen in der Zeitung. Ja, die Lokale, die jämmert. Ja, naja, zumindest wissen wir jetzt, dass die Tote mit 13.50 das Gebäude getreten hat. Alle anderen. Und wohl ziemlich aufgewählt, was die Zeugin erzählt hat. Ja gut, das passt natürlich zu unserer Selbstmachtheorie. Sie bezählt unsere Beuten, der ist nicht da, sind wir durch. Im Prinzip, kurz was anderes. Doch, hast du was Neues? Was, echt? Mhm, okay. Ja, ich danke dir. Ciao. Das gibt es aber nicht. Der Doc hat am Rücken der toten Hämatoge gefunden, die auf keinen Fall von dem Sturz herrühren können. Das sieht alles so aus, als ob die Frau von Dach gestoßen wurde. Alex, der Psychologe, der vorhin hat angerufen. Du bist doch was eingefahren, er wollte dringend mit dir reden. Ich wollte mich erkundigen, ob sie schon neue Informationen haben. Ja. Sie hat sich nicht selbst angebracht. Das hätte ich mir fast gedacht. Genau deswegen wollte ich auch mit Ihnen reden. Ich möchte an jemandem so ein Recht beschuldigen. Und vielleicht irre ich mich ja auch, aber... Frau Lanz, sie wurde belästigt. Von einem Stork. Was? Der Mann ist ihr überall gefeuert. Überall. Hat sie mitten an der Maske angerufen, hat ihr Briefe geschrieben. Sehr explizite und sehr aufdringliche Briefe. Komisch, in der Wohnung haben wir keinen gefunden. Dann muss ich die mal weggeworfen haben. Ich müsste noch ein paar von in meinen Unterlagen haben. Ich suche sie später raus. Wissen Sie, wer dieser Storker war? Ja. Ein gewisser Marco Schmidt mit DT. Er arbeitet bei ihr in der Firma als Hausmeister. Dann schickt man sogar mal...